Bring einem Mann das Phischen bei und er hat Zugangsdaten sein Leben lang. Die Hacks der Woche mit Martin Haunschmid. Herzlich willkommen zu den Hacks der Woche. Es gibt ja eigentlich schon alles irgendwie as a service. Und da ist es keine Überraschung, dass es auch Phishing as a service gibt. Beim Phishing wird ein Fake Login dazu verwendet, deine Zugangsdaten zu kriegen und in weiterer Folge das Unternehmen oder dich zu hacken. Und das ist eigentlich gar nicht so wenig aufwendig. Man muss ein E-Mail Template programmieren, das natürlich möglichst erfolgreich sein soll. Diese E-Mail muss überhaupt einmal ins Postfach der Opfer gelangen und durch den Spamfilter kommen. Dann muss der Login so echt wie möglich ausschauen und natürlich auch funktionieren. Und das Ganze muss noch unterm Radar bleiben. Viele Faktoren also, wo etwas kaputt gehen kann. Warum kann man es sich da nicht einfach machen und bei Bulletproof Link um 800 Dollar im Monat Phishing as a Service einkaufen? Microsoft hat vor kurzem in einem Blogartikel diese Plattform etwas genauer beleuchtet. Das ist ein Wahnsinn. Man kann sich dort eben für eine monatliche Summe von 800 Dollar das Gesamtpaket im Phishing kaufen. Es gibt sogar auf der Sales Page so einen Vergleich der angebotenen Features. Und in diesem Paket ist zum Beispiel enthalten, dass die E-Mails gesendet werden, dass die E-Mails ankommen. Die E-Mail Templates, die Templates für die Phishing Seiten selbst. Und was ich besonders feiere, aus rein professionellem Interesse natürlich, ist, dass man sich Templates zukaufen kann. Das heißt, theoretisch könnte ich zum Beispiel für FinanzOnline, das Portal des österreichischen Finanzamtes, E-Mail Template und Phishing Page kaufen. Und wenn es das noch nicht gibt, könnte ich das Programmieren und dort hochstellen und damit Geld verdienen. Das ist irgendwie interessant. Das Ganze wirkt extrem professionell. Sogar der 10% Rabatt, wenn man sich für den Newsletter anmeldet, ist vorhanden. Aber warum muss ich mir selbst trotzdem meine Infrastruktur selber bauen? Ganz einfach, weil die Betreiber dieser Plattform Gauner sind. Nicht nur ermöglichen sie anderen sehr leicht, Zugangsdaten zu stehlen, auch die Plattform selbst protokolliert alle Zugangsdaten mit, die ihre Kunden gestohlen haben und verkauft sie dann in einschlägigen Foren weiter. Die verdienen also doppelt Geld. Also es ist wirklich absurd, wie einfach einem die Cybercrime eigentlich inzwischen gemacht wird. Und auf der anderen Seite, als Whitehead oder als IT-Security-Unternehmen muss man diese Infrastruktur trotzdem einfach selbst bauen, weil da ist es natürlich inakzeptabel, dass die Zugangsdaten irgendwo anders hingelangen, außer eben zum Unternehmen selbst. Zu unserer zweiten Geschichte, Apple. Erstens aktualisiert alle eure Macs und iOS-Geräte. Da gibt es Sicherheitslücken, die aktiv ausgenutzt werden. Und zweitens, auf eine möchte ich aber noch besonders hinweisen, die ist jetzt noch möglich, da gibt es auch noch kein Update dazu. Und zwar ist ein gewisses Misstrauen gegenüber .inet-Log-Dateien angebracht, wenn du Mac-User bist. Warum? Über diese Dateien, und hier sieht man, wie so eine Datei aussieht, kann Code auf deinem Mac ausgeführt werden. Das Beispiel hier führt einfach den Taschenrechner aus, wenn man auf die Datei klickt. Also dieses File, Doppelpunkt, Slash, Slash, kann eben dazu verwendet werden, am Gerät Dateien auszuführen. Apple hat diese Lücke eigentlich schon gepatcht, sagen sie zumindest, es ist aber trotzdem noch möglich. Warum? Wenn du genau hinsiehst, siehst du, dass hier dieses File mit einem großen F und einem großen L geschrieben ist. Was haben die Software-Developer bei Apple gemacht? Sie haben nur diesen einen konkreten Fall, des komplett kleingeschriebenen File, Doppelpunkt, Slash, Slash, abgeprüft. Das war wahrscheinlich im Bug-Report so drinnen und dann wurde nicht einen Schritt weiter gedacht, wie dieser Check vielleicht doch umgangen werden könnte. Ein bisschen peinlich sehe ich selbst aber auch immer wieder. Man meldet einen Fehler und die Developer dort haben vielleicht zu wenig Security-Wissen oder zu viel Stress und fixen genau diese eine Art des Fehlers, die gemeldet wurde. Aber nicht die Bug-Kategorie, nenne ich es jetzt mal. Das geht dann zurück und im Retest ist es einfach nur ein Bypass mehr und man hat es wieder genau dort, wo man vorher war. Wäre das in einem Bug-Bounty-Programm, hätte man gleich zwei oder dreimal kassieren können für das. Aber, und damit bin ich beim nächsten Thema bei Apple, die haben gerade ein wenig ein Problem mit der IT-Security-Community. Researcher, die Fehler melden, wollen ja eigentlich nur angemessen bezahlt werden, Anerkennung und schnelle, transparente Kommunikation mit dem Unternehmen. Und Apple versagt im Moment wirklich in allen drei Punkten. Es häufen sich die Artikel, dass wirklich Researcher richtig unzufrieden sind mit der Art, wie Apple mit ihnen umgeht. Und so ist es dann auch keine Überraschung, dass zum Beispiel ein User namens Illusion of Chaos jetzt einfach drei Sicherheitslücken veröffentlicht hat, weil Apple viel zu lange nicht reagiert hat, viel länger als der Industriestandard von 90 bis 120 Tagen nach Meldung einer Lücke. Und ich würde mal behaupten, dass die große Anzahl an Sicherheitslücken für Apple-Geräte, die dieses Jahr rauskommen, vielleicht auch damit zusammenhängt, dass Security Researcher diese Bugs einfach nicht melden oder vielleicht sogar im Extremfall verkaufen. Die NSO Group lässt grüßen. Also Apple, so baut man kein sicheres Ökosystem. Ich meine, das ist fast gratis Research der Besten der Besten. Und da sollte man schon irgendwie angemessen damit umgehen. Zur letzten Geschichte, Our Evil. Es ist ja etwas ruhiger geworden um die Ransomware-Gruppe, nachdem sie mit Kaseya in einer Nacht über 1000 Unternehmen auf einmal verschlüsselt haben. Sie sind dann irgendwie untergetaucht, ihre Server sind offline gegangen und es gab die Vermutung, dass die Behörden dahinter stecken. Das scheint sich jetzt zu bewahrheiten. Das FBI hat anscheinend Kontrolle über die Server der Gruppierung übernommen. Geschadet hat es der Gruppe nicht. Die ist unter neuem Management schon wieder online und aktiv. Aber das FBI hat auf diesen Servern auch den Schlüssel zur Entschlüsselung der Kaseya-Opfer gefunden und ihn einfach mal wochenlang zurückgehalten, um eventuell vielleicht doch noch den einen oder anderen Hacker der Gruppierung verhaften zu können. Das ist nicht passiert und dann wurde der Schlüssel an die Kaseya-Opfer weitergegeben. Anscheinend ist Our Evil da wirklich im richtigen Moment untergetaucht, bevor jemand verhaftet wurde. Aber es werden jetzt auch immer mehr Details und Internas der Gruppierung selbst bekannt. So gab es zum Beispiel eine Hintertür in der Schadsoftware der Gruppe. Und mit dieser Hintertür konnte Our Evil selbst die Opfer ihrer Affiliates, die die Schadsoftware eigentlich verteilen und die Unternehmen verschlüsseln, entschlüsseln. Das heißt, Our Evil hat mehr oder weniger einen Masterkey, mit dem jedes Opfer trotzdem entschlüsselt werden konnte, auch wenn Verhandlungen fehlschlagen oder was auch immer. Und noch besser, die haben ein doppeltes Chat-Feature auch eingebaut. Wie funktioniert das? Normalerweise verteilen die Affiliates die Schadsoftware, führen die Verhandlungen und dann gibt es eine Aufteilung des Gewinns. Our Evil kann nun in Chats mit Affiliates als Opfer posen, die Verhandlungen sozusagen beenden und dann selbst die Verhandlungen mit dem echten Opfer weiterführen und so den Affiliate aus der Gleichung entfernen und 100% des Lösegelds einstreifen. Das könnte ein Backup-Feature sein, wenn einer der Affiliates durchdreht und irgendwie kritische Infrastruktur angreift oder ähnliches, ist aber eher dazu verwendet worden, um Affiliates zu betrügen. Die Backdoor ist unter dem neuen Management inzwischen ausgebaut worden, aber ob der Ruf sich erholen wird, ich hoffe es nicht. Es gibt eh schon zu viele Ransomware-Gruppen. Das war es für heute. Ich finde es beeindruckend, wie einfach es inzwischen Personen gemacht wird, Cybercrime zu betreiben. Auf der anderen Seite muss natürlich jedes Unternehmen noch mehr darauf achten, dass es sicher ist. Zum Beispiel beim Thema Phishing kann man mit Phishing-Simulationen testen, wie viele Personen im Unternehmen auf so eine E-Mail reinfallen würden und dementsprechend nachschulen. Und mit Awareness-Trainings kann man generell die Awareness bei der Belegschaft im Team erhöhen. Beides sind Dinge, die ich anbiete. Also wenn ihr da Interesse habt, meldet euch bei mir unter contact-at-martin-haunschmidt.com Das war es für heute. Ich gehe jetzt einmal kurz über ein Phishing-Template.inet. Log-Dateien verteilen. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Es war исffene. Untertitelung des ZDF, 2020